Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Slender, die Arrival. Wir sind immer noch im Wald, weil ich es im letzten Part ein bisschen verkackt habe. 7 von 8 Seiten hatte ich und dann war es vorbei. Ja, somit herzlich willkommen zurück hier bei die 8 Pages, Slender, die 8 Pages. Wir müssen mal wieder oder immer noch, besser gesagt, 8 Seiten sammeln. Mal sehen, ob man das schaffen diesmal, ob sie es jetzt diesmal schafft. In Rekordzeit, in 9 Minuten. Wir werden es sehen. Ja, ich muss auf die Uhr gucken, weil wir müssen ja langsam mal hier zur Porte kommen. Immer noch die selbe Session übrigens. Mittlerweile der siebte Part müsste es jetzt sein. Und ich bin gespannt, ob wir es jetzt schaffen werden. Ich gehe jetzt ins Haus. Genau, ich gehe mal am Anfang direkt ins Haus. Die Frage ist halt auch, ob die Seiten dann nachträglich dann noch erscheinen. Weil jetzt am Boot nichts war. Kann es ja unter Umständen sein, dass nachher was da ist. Ich weiß es nicht, wie Slender da im genauen tickt. Das ist halt so die Frage. So, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit, um dich hier umzuschauen. Ende der Tür ist auch nichts. So, links. Da geht es raus. Ne, da ist der Raum. Warte mal, rechts, rechts, rechts. Jetzt hat er da noch. Ne, okay. Oh Mann. Ja, vielleicht kommt im Haus später erst was. Ich weiß es nicht. Das ist... Das ist also fraglich. Da ist eine. Gott. Okay, das Haus haben wir somit abgehakt und raus. Das Donnern geht los. Sprint einfach immer am besten. Würde ich dir jetzt empfehlen, so. Ja, Slender ist eher weg. Da hinten ist das Auto. Da könnte man jetzt auch mal hingehen schon. Ansonsten ist ja nichts so gefährliches, außer noch der... Ähm... Wo die Container da sind. Das könnte halt auch noch gefährlich sein. Aber ansonsten geht's halt an sich. Ich hoffe, der Akku hält noch. Welcher Akku? Home, Laptop. Home. Ich hoffe, das geht dann nicht zwischenzeitlich aus, weil dann wäre diese Aufnahme hier weg. Und... Alter. Erschreck dich doch nicht so. Da kann ich mal rein. Ja, das ist normal so. Aber auch gerade kein Wasserturm. Ja, das ist dann scheinbar wirklich zufallsgeneriert. Das Ganze hier. Links ist eine Seite. Ja. Versuch dich nicht so zu erschrecken. Also, du kannst dich erschrecken, aber schrei am besten. Aber zuck dich nicht mit den Händen, weil das ist sehr kontraproduktiv. Warum? Weil du dann sehr schnell gefasst werden könntest und dann nicht mehr so mobil bist. In dem Fall. So, jetzt kannst du uns am Auto nochmal gucken. Auf der anderen Seite vielleicht. Ja. Okay, weiter geht's. 3 von 8 Seiten in Rekordzeit. Was ist her? Ich schau auf die Uhr. Wir haben 4 Minuten gespielt. Wenn ich das richtig auf der Uhr hab. Ihr seht das ja besser als ich jetzt. Du musst dich nicht konzentrieren. Oh Gott, doch! Der, äh, ja, ich nenn's immer Trailer Park, aber an sich ist ein Trailer Park ja was anderes, ne? Der Container Park. Ich will mich nicht plötzlich nachher zu links, wenn ich will. Ja, das musst du aber auch mal machen. Solange du den nämlich nicht so derben in die Arme rennst, geht das immer noch. Du kannst dich ein bisschen umschauen. Du siehst ihn ja im Vorhinein schon. So. Ja, und dann musst du halt nur einfach reagieren und in die andere Ecke gucken. Äh, das andere Auto. Wo auch was da sehen könnte. Äh! Da ist die 4. Seite. Okay, die Hälfte haben wir geschafft. Immerhin. Aber so weit war, so weit war mir ja, vorhin auch schon. Wir können zwischendurch tauschen, wenn du willst, ja. Da musst du auch kurz dann, wenn du nicht mehr kannst, also wenn du nicht mehr können solltest, drück einfach Escape und dann übernehme ich. Müssen wir halt mal so machen. Weil wir wollen ja die 8 Seiten jetzt auch langsam mal kriegen. Ist ja jetzt schon ein ganzes Weichen, dass wir hier drin sind. Brauch ich ja was? Ne, hast nichts gefunden, ne? Ich hab ja nichts. Ich hab ja nichts gefunden. Okay, aber versuch dich nicht zu fassen, weil, äh, nicht fassen zu lassen. Versuch's. Okay, links, ja. Oh man. Okay, ja, müssen wir erst mal Warnow schauen. Da, der Park ist zumindest ein bisschen offen, ne? Dass wir ein bisschen besser gucken können, ne? Drei Seiten, vier. Was? Vier? Du hast doch fünf. Ne, vier. Doch, nein, fünf. Ich hab fünf? Ja. An sich ist es nur ein Katzensprung, wenn man es so sieht, wie schnell jetzt die ersten Seiten jetzt gekommen sind. Ja, vier. Aber, nein, du hast fünf. Drück Escape und dann links... Da muss ich auf jeden Fall schneller umdrehen. Okay. Scheiße. Ich will jetzt einfach hier einmal rum. Ja, lauf irgendwie. Irgendwie... Irgendwie ein bisschen laufen. Irgendwie lauf, lauf. Hier hast du auch ne Seite gefunden, ne? Okay, rechts. Einmal wieder zurücklaufen. Okay, am Boot könnten wir noch vorbeikommen. Ja, wir müssen inklängen. Und... Am Trailerpark und... Ja, am Containerpark. Ansonsten fällt mir jetzt nichts anderes ein. Das wäre jetzt natürlich super, wenn wir irgendwie am Baum noch was zufällig finden würden. Das wäre schon top, aber... Immerhin gleich im Haus. Hm? Immerhin gleich im Haus. Ja, immerhin ist es da schon mal weg, weil da ist es echt ein bisschen sehr assig, da drin Seiten zu suchen. Nicht Assis, sondern Seiten. Wir wollen in dem Haus Seiten keine Assis suchen. Ja, da hinten ist eine Seite. Sehr gut. Sechs Seiten. Okay, zwei fehlen. Das Boot vielleicht noch. Stimmt. Und... An diesem... komischen Aushang da, genau. Da könnte noch was sein. Da hinten müsste das Boot sein, genau. Da war doch nichts. Achso. Ja, vielleicht ist da jetzt was. Das ist jetzt... erst mal nur ne Theorie. Natürlich schade. Na gut, dass es nicht in die... Doch, wirklich. Ich hoffe nicht zu kratzen. Zwei Seiten. Zwei verdammte Seiten. So, wir werden mal ums Haus runter. Wo ist er denn? Rechts, würde ich sagen. Nach links, links, links! Okay. Ich hoffe, es geht in die Richtung. Ähm... Das ist ne gute Frage jetzt. Wo sind die anderen Seiten? Das ist immer ne gute Frage. Ja, das ist immer ne gute Frage. Ähm... Ja... Wir haben am Leuchtturm eine. Haben wir beide... Ja. Zwei am Leuchtturm? Ja. Okay. Dann... Haben wir zwei am Auto. Schwierig. Ja, links. Ich sag immer, wo du hinschauen gehst. Ja. Also... Da hinten ist ne Seite, glaube ich. Rechts, Mann! Nein, das ist scheinbar vom Auto. Scheiße. Da hinten ist ne Seite und die dreht sich urplötzlich nach links. Ja, Container hatten wir. Rechts. Das ist überall super bei. Ohne Spaß. Genau so ist es. Okay, ähm... Wir müssen den Aushang finden. Da ist auf jeden Fall eine. Und dann fehlt uns nach wie vor... Scheiß Auto. ...die letzte Seite. Wenn's den Aushang hier überhaupt gibt's. Das ist halt doch so ne andere Sache. So, der reine Leuchtturm. Keine Seite. Da müsste man ja schon eine gehabt haben, ne? Alter, Mann. Jetzt muss doch hier langsam mal der Aushang oder so kommen. Jetzt müssen wir gleich zum Boot kommen wieder. Da ist sicher nix. Ne, rechts. Mann. Okay, äh, die weite Wiese gibt's hier scheinbar auch nicht. Diesmal. Rechts. Lauf, lauf. Nicht total umdrehen. Du hättest einfach geradeaus laufen können. Das sieht anders aus. Nein! Ich bin gespannt. Mann. Okay. Jetzt hab ich doch mal irgendwo langlaufen. Spastin. Ähm. Ja, aber könnten wir jetzt noch langlaufen? Ja, lauf einfach mal ums Haus, wenn du's schaffst. Und lauf mal vielleicht ein bisschen außen, weil der auch im Haus kommen kann. Und nicht unbedingt zum Haus gucken. Ja, da oben kannst du jetzt nicht so gut langlaufen. Okay, da ist das Auto. Hier lauf einfach mal rechts die Wege ab. Also das ist so... Verstehst du das, was ich meine? Ja. Oder lauf einfach direkt in den Wald. Wo lang? Weg? Ja, nee. Nicht ein Weg. Du hast sogar den Sacklauf die Wege ab. Nein. Ja, rechts außen. Wo ist er denn? Rechts war da. Ich wollte auch... Links. Also geradeaus im Prinzip. Aber... Da kommt das gleiche raus. Oh man. Oh man. Sechs von acht Seiten. Und diese verdammten zwei Seiten kommen nicht. Wir schaffen's wahrscheinlich noch eine Seite. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir tauschen? Ich glaub du reagierst besser. Ja, ich reagier wesentlich besser. Aber... Ja, jetzt sind wir hier draußen. Guck mal nach rechts irgendwie. Ja doch. Da ist die Wiese. Da war ich schon. Ja, du warst ja schon überall. Aber du musst dich noch weiter umschauen. Ich weiß nicht wo ist. Du musst mir das sagen. Möchtest du machen? Soll ich machen? Ja. Wollen wir tauschen? Okay, dann drück Escape und wir tauschen. So. Okay, ja. Wir tauschen mal kurz die Uhr. Ähm. 55 haben wir angefangen. So. Und ich mach jetzt schnurstracks weiter. Und guck... Ja, wir waren schon überall. Ja, wir guck... Ich guck mich trotzdem um. Irgendwo muss hier ja noch was sein. Da. Mann ey. Okay. Versuch mal dich zu erinnern, was es wo für Plätze gibt. Ja, die Tafel. Hat das Boot jetzt schon? Ja, das Boot war ja nix. Die Tafel? Vielleicht gibt's hier noch ein Feuer oder so. Ja, das wäre, glaube ich, schlecht, wenn wir jetzt direkt am Zaun langlaufen. Ich weiß, wo ich langlaufe. Ja, ich weiß, wo ich langlaufe. Ja, das könnte halt sein. Wir haben es jetzt einmal in der Beta geschafft. Um das jetzt mal so zu sagen. Und da war definitiv einer am Baum. Ja, das ist der Weg zum Boot. Ich würde jetzt mal meinen. Oder zum Leuchtturm oder zum Auto. Irgendwie eins von beiden. Das ist kein Leuchtturm zum Auto. Ja. Ne. Ne, das ist ein Aussichtsturm oder so. Okay. Irgendwo muss hier noch so ne Dreckseite sein. Nein! Akkustand niedrig. Oh, das geht nicht. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob's mit der Aufnahme jetzt so ganz glatt hingehauen hat jetzt in der Zwischenzeit. Machen wir vielleicht ein Testbild rein oder so. Und das müssen wir sehen. Ja. Ja. Wir müssen jetzt sowieso kleinig frei abmachen. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wo ich hinten seite jetzt. weil da direkt vor und hinter mir war. Ja, da hinten könnten wir eigentlich auch mal hingehen. Aber das ist halt so gefährlich. Das würde ich mir jetzt halt nicht zutrauen. Trauen. Trauen. Ja ... Ja, das ist keine Seite. Leidern. Leidern Gottes. Das ist keine Seite. Das ist vorne. Ach, da ... Alter Mann! Ja, direkt hinter mir. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob hier noch ne Seite sein könnte. Das ist Kader. Ja, weißt du doch nicht. Doch. Wir müssen es ausprobieren, Mann. Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Wir müssen jetzt sowieso gleich Feierabend machen, sonst geht der Laptop auch aus. Ja, keine Ahnung. Die Zeit ist an sich schon um. Alles andere wäre jetzt Überlänge, mehr oder weniger. Ja, deswegen würde ich sagen, bevor uns hier der Laptop ausgeht, was er gleich tut, machen wir Feierabend. Zumindest gleich. Wir schaffen das jetzt noch. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Der Typ ist zwar nah, aber wir rennen. Wir rennen. Wir rennen, bis uns die Galle aus den Ohren schießt. So, da hinten ist irgendwas. Da ist das Klo raus. Und wir holen noch eine Seite, die wahrscheinlich hier früher oder später auftaucht. Ja, da ist eine Seite. So, die haben wir uns geschnappt. Und das Klohaus haben wir jetzt zumindest abgearbeitet. Keine Ahnung, wie hierher gekommen bin. Keine Ahnung, wie hier wieder zurückkommen, vor allem. Und ob hier vielleicht auch noch das letzte Lager voll ist, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Auch wenn Flendermill hinter mir her ist, sehen wir uns in Part 8 wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.